Ich bin Cesar Sanchez beim dritten Lehrjahr und mache meine Lehre in der Zieglerküche in Bern. Ich war schon letztes Jahr im Finale und für mich war es relativ klar, dass ich unbedingt noch mal ins Finale will. Dass es ein mega cooler Event ist, dass ich sehr viel mitnehmen kann und das ganze Feeling, was darum ist, wollte ich noch mal haben. Wenn gesund, ganz klar für mich Früchte, das kann ich direkt im Brot essen. Aber es hat auch viele interessantere Aromen, die ich auch viel lieber so essen. In meiner Freizeit koche ich lieber selbst, damit ich die Sachen so abschmücken kann, wie ich es gerne habe. Und ich kann auch sehr viel Neues ausprobieren. Mein Postelküchlein ist der Sosie-Posten. Auf dem bin ich am liebsten, weil ich am Wölsten möchte. Und ich finde es sehr faszinierend, wie man mit kleinen Sachen ein Produkt massiv verändern kann. Und es ist so das, was mich an diesem Postel fasziniert. Meine Musik beim Arbeiten ist auch schon wie letztes Jahr immer noch Reggaeton. Und das motiviert mich auch beim Arbeiten, damit ich zügiger bin. Und das wird auch für immer Reggaeton bleiben. Wenn ich durch Gusto 23 gewinne, würde ich mich ganz klar erholen, weil ich nicht so ein Party-Mensch bin. Und die Erholung ist immer schön. Hochheil mit Stefan Branden,